Ich bin Diablo ich fass es nicht okay willkommen zu einer neuen Folge von Heroes of the Noob ja ich habe mich gerade erschrocken dass ich Diablo bin weil wir haben jetzt auch mal beides Zufallshelden genommen so ähm in Wiederbeleitung auf Rollert weniger Seelen Was sind Seelen? Weiß ich nicht aber irgendwie habe ich das immer gespielt 5,4,3,2,1 Kämpf tapfer Ich werde sofort kacken Das sehe ich doch jetzt schon Wow was tut er Okay was ist mein E? Unterwerfen, was heißt Unterwerfen? Du greifst den über dich rüber, also du schmeißt den über dich rüber Botsch, wir haben ein kleiner ein bisschen Dann machst du glaube ich deine W, dann kickst du den weg Und ne, deine W, mit dem kickst du ihn weg Und mit der E, ne mit der W machst du diese Flammen auf den Boden glaube ich Ja Okay Ja ich check's Hoch, wir gehen hoch Wir gehen hoch, okay Aber hey man kriegt doch nicht so free to play Das ist cool Ja das ist schon irgendwie geil Dann könnte man eigentlich theoretisch jeden mal einfach mal spielen, danke Ja du bist, du bist ja gerade so ein halber Supporter, ne denkt man Ja, okay Ja stimmt, Diablo ist gerade nicht eine Free Roll, ne? Oder? Ich glaube nicht Ach scheiß drauf, keine Ahnung Bin mir nie sicher Ja und wir müssen unten noch machen dann Komm doch raus Ja ich merke es halt, die macht böse Böse Auer und so Böse Auer und so Keiner hat auch mal will Ja Böse nicht kleiner Hier geht doch keiner runter Egal, solange die sich hier oben gesaved haben Was? Ah guck mal, hier ist der Au, 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 au Ich bin tot Auf einmal war da ein Serratool Der liegt mir jetzt schon nicht Das merke ich jetzt schon Es beginnt Ich gehe mir mal unten Muradin von einem schnappen Wählt ein Talent Okay Ich brauche auch oben Hilfe Ich komme mal in die Mitte Ist mir zu gut hier oben Muradin macht mich kalt Ja super Hä? Sie haben ihn Hä? Wie das denn? Ja unten war aktiviert von ihnen Und ich bin nicht rangekommen Ja, weil ich war noch die ganze Zeit In der Mitte Nicht blind Dann war es vielleicht ein Serratool Der unsichtbar war Ja, ist ein Kack Kann er Kann er nicht Schon tot Wir müssen jetzt halt bloß weiter gucken Wir müssen weiter pushen 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 Mary, du hast Feuer geht zurück Und die Schlacht los Das Ende ist nah Große Echse auf der großen Echse weiß ich voran es liegt aber ich habe ab und zu so kleine legs und dann kommen nicht okay ich hatte nämlich das mit immer nach oben was auch immer sehen sind siehst du zertun irgendwo bei euch nein die aufpassen Zerraton ist unten. Kommt schon. Irgendwer muss unten einnehmen. Ich lauf. Lauf du runter. Ja, lauf du. Ich save hier so lang oben. Da wird schon mal ausgehen. Einer ist in der Mitte. Ja. Ja, da ist er bei uns hier oben drinnen gerade. Gott, welche Ulti soll ich nehmen? Ich weiß es nicht. Kommt schon, nehmt es ein, nehmt es ein, nehmt es ein. Ich nehm ein. Oh, ihr habt sie geschafft. Gerade kommt Serratu zu mir. Ich lenke ihn so lange wie möglich ab. Das macht ihr einfach. Fuck. Ich hab ihn fast. Mein Kur zu lang gebraucht. Versucht beim Heiler zu bleiben. Diese Welt wird schlechter. Ein Fuhr wurde zerschmettert. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Gegner getötet. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Wieso? Bin ich geslowed. Ja, wir haben die Mauer fast durch. Wir sind da fast durch. und dann von der base und dann ist es auf euch ändern. Hoffen wir es mal. Ihr müsstet aufpassen, dass wir die Drachen nicht nochmal kriegen. Dann könnt ihr mal ein Problemchen kriegen. Ich habe nur gerade nicht gecheckt, was meine Ulti gemacht hat. So. Ah, okay. Das muss ich machen, wenn gegnerische Helden in der Nähe sind. Die kriegen dann eine Rune über ihren Kopf. Und die explodiert nach kurzer Zeit. Macht 220 Schaden und betäubt sie. Aua. Meine Ulti hat nur zwölf Sekunden geholfen. Was? Ja. Abkampfzeit zwölf Sekunden. Wie wäre es denn, wenn wir mal das Camp da oben einnehmen? Ja. Bro. Lass mal hochgehen. Einnehmen. Das könnte ganz schön in die Hose gehen. Dann muss ich mir einfach nur safen. Dann machen wir das. Ja. Ich gehe hoch. Geh du runter. Ich muss mich backporten jetzt mal. Aber ich gehe nach unten. Ja. Eigentlich habt ihr die nicht gesehen oder was? Ja, klar. Ist okay. Ist okay. Zeratou von der anderen Seite. Mich gefickt haben sie mich. Das war es auf jeden Fall schon mal von der Seite aus. Aber ich habe mal da fast fertig gemacht. Ja. Unten muss gehalten werden. Oben muss man einen nehmen. Ich brauche erst mal wieder leben. Ich weiß, dass der hier rumsteht. Komm, scheiß drauf. Geiße. Fala, hau ab. Komm, nimm einen. Ich bin dabei. Ich glaube, es ist was. Wala kommt. Hat nichts gebracht. Oh, shit. Komm schon. Ja, komm schon, komm schon. Ja. Geil. Geil. Sehr geil. Geil dir. Warte, wer auch immer. Gönn dir, gönn dir. Wala, easy. So. Was ist da los? Komm hoch, komm hoch direkt. Warte. Na, geht da alleine. Wir sollten unserem Drachen helfen. Warte. Warte. Ja. danke ich will mich mal safen ich gehe base ich muss noch einen Schluck trinken solange der oh doppel kill ja also so schlecht ist Diablo nicht Diablo kann echt verdammt krass werden wie ich das merkte wenn man den kann ok jeder kann irgendwie ganz krass werden aber ähm man lauft mal weg und holt euch mal das da ich fang einfach mal an und das untere direkt mitnehmen dann also meine Feuerbälle sind echt stark ne vor allem soll sie jetzt auch zurückkommen allerdings sehen die Feinde wo ich bin das stimmt tschüss kleiner so ähm ich gehe hoch ja gehst du runter ok serratul ist bei denen noch grad tot das heißt wir haben jetzt die Möglichkeit nehmt ein zu viele Pings gesendet bitte warten unsere Leute sind da oh scheiße ja wir haben's doch oh wie geil das war knapp ey wir waren hier unten zu zweit ja Walla und Serratul wenn ich's richtig gesehen habe ich hab schon gut dass die Jury kommen sind ich komme zum Drachen 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 wo ist noch der Drache ach da also der Drache ist behindert ist ein behinderter Drache ja wir müssen erstmal die Zielerdele zerstören ganz richtig die können wir auch schon anreifen oder nicht schade wir haben's jetzt nicht na gut gibst du mir ein Schild? äh vier Sekunden danke ich muss in die Base ja ich hab das nicht auch hier jetzt kommt der Drache jetzt kann man mal draufhauen ja fuckt euch du bist überschätzt gerade ich hab man 19,5 da sind zwei Level voraus du bist Base gegangen gerade? mhm bist du noch in der Base oder bist du schon vorne? ich bin schon vorne los ok ich komme warte kurz bin sofort da ok kann losgehen haut drauf diese Attacke liebe ich ja ne läuft ein Feind von dir weg du haust nochmal drauf und kriegst ihn gut gemacht auf kleiner und so kleiner? von hinten? ja kleiner von hinten oh der hat mich begrabt ja das gefährlich was ist eigentlich deine Ulti macht das sieht extrem geil aus aber äh muss nicht sein ne putz so hätten wir doch geklärt ja ok meine Voreinstellung gegen Diablo war so ein bisschen ungerecht er ist echt gut ja man muss ihn halt erstmal hochgeskillt haben vor allem allein schon wegen diesem Kinnhaken haben die keinen Bock mehr oder wieso kommen die nicht mehr? weiß oh oh Jess gehst du ab? ja ab ja ab ja ab ich geh ab ich hab ne neue lane das war so so Wortwitze mit unserem Arbeitsauto ähm, wir haben ein VW, wir haben ein VW ab und dann immer so eine Sache, ja, jetzt geht's ab oder ab geht's und, äh, Abfahrt und, oh, nee. Ist ganz schlimm, ganz schlimm. Kommt, Seratul im Faller sind grad nicht da, los. 30 Sekunden, Jungs. Holt ihn euch. Wieso machen die nichts? Los. Ich kann hier nicht weg. Und, Vala ist wieder da. Lauf da jetzt hoch. Krall mir das. Ja, mach, mach. Seratul und Vala sind in der Base. Ja, den krieg da los. Ich komme auch. Wenn sie den kriegen, dann kriegen sie ihn. Ist egal, wir sind level 4. Sehr geil. Okay, gut, die macht Jess. Ich bin so nicht erdreffend, aber egal. Ist egal, gut gemacht. Du hast Brüste, gut gemacht. Ich hab Brüste, ich hab das gut gemacht. So soll es sein. Ich hab jetzt auch meine Ulti kapiert mittlerweile. Ähm, da so? Achso, okay, erstmal da. Boom. Ulti und so. Okay, auf den Nexus. Weißt du, wer ist das jetzt machen? Hm? Ich mach deine Mauer. Ey, du bist so mies. Ich bin voll Gänster. Au. Der hat mich weggestoßen, der Pisser. Das hab ich nichts vom Nexus mehr gekriegt. GG plus. Ups. So, war doch ein schöner Abschluss. War doch ein schöner Abschluss. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat diese kleine, ähm, random round of Noobs gefallen. Ähm, war mal eine erste Runde mit Diablo, wie man sieht. Und direkt Stufe 3. Ey. Ist doch, ist doch schön. Oh, so knapp vor Stufe 11, Alter. Ein Zentimeter. Glaubst du ja nicht. So. Ja, hier sieht man, so sieht das dann aus, wenn man das so wählt. Ähm, ja. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ich für einen Helden mal spielen soll. Und mal gucken, wie ich mich da damit schlage. Wie gesagt, hier seht ihr, jeden Dienstag gibt's eine neue, ähm, eine neue Zufallsrunde. Da müssen wir dann gucken, ob der mit dabei ist. Ansonsten habe ich wirklich halt Zeit gekauft, den Gazlau, den Dybala und den Muradin. Und, ja. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Jess, dir auf jeden Fall ein fettes Danke. Ja, kein Problem. Ja. Äh, sie hat keinen Kanal, könnt ihr da nicht vorbeigucken, tut mir leid. Aber sehr gut. Doch, aber da ist nichts Wichtiges drauf. Verlinke ich. Abonnieren. Ähm. Abonnieren. Dort kommen irgendwann Brüste. Versprochen. Möpse. Dort kommen Möpse. So. Ähm. Bis zur nächsten Folge. Wieso gucke ich eigentlich in die Webcam? Nichts gar nicht an. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Macht's gut. Tschau.